Sehr geehrten Damen und Herren, hier spricht der Niki Lauder, Ihr Kapitän. Sie sind endlich der Flieger selber. Schönen Urlaub, Herr Lauder. Danke. Ich habe nichts zu verschenken. Schönen Urlaub. Für alle, die nichts zu verschenken haben, sparen Sie mit Österreichs Direktbank Nummer 1 und sichern Sie sich jetzt hohe 2,5% Bonuszinsen. Ihr NG-DiBa. Schließlich geht's um Ihr Geld. Ihr NG-DiBa.